Das Ethereum Shanghai Update ist erfolgreich über die Bühne gegangen. Was das jetzt bedeutet und was die Zukunft von Ethereum sonst noch bringt, das werde ich dir in diesem Video erzählen. Also, das Shanghai Update, ganz kurz erklärt, worum ging es? Es ging darum, dass die Staking-Withdrawals ermöglicht wurden. Die Leute, die von Anfang an Ether gestaked haben, ganz am Anfang, haben jetzt die Möglichkeit, ihre Ether aus diesem Staking-Kontrakt wieder rauszuziehen. Dies machen auch einige Leute aber viel weniger als vorher angenommen. Denn die meisten Leute hatten vorher so extrem Angst, dass viele Leute aus dem Staking rausgehen werden und Ether verkaufen werden und somit einen enormen Verkaufsdruck auslösen werden auf Ether. Dies ist definitiv nicht der Fall. Denn wenn wir uns Ether anschauen, wir sind knapp unter der 2.000 Dollar Grenze. Ether sehr stark gestiegen in den letzten Wochen und Monaten. Also, überhaupt kein Preiseinsturz, wie hier prognostiziert wurde. Schauen wir uns nochmals dieses Dashboard hier an. Hier sehen wir ein paar Zahlen über dieses Withdrawal. Man kann das hier live beobachten. Also, es gibt eine Warteschleife. Du kannst nicht direkt aus dem Staking rausgehen, sondern es gibt immer eine Warteschleife. Es gibt eine Warteschleife, um reinzugehen ins Staking und es gibt eine Warteschleife, um wieder rauszugehen. Und diese Warteschleife, um rauszugehen, eben die Withdrawal-Warteschleife, sind jetzt aktuell 1,7 Milliarden Dollar Ether in dieser Warteschleife. Das sind über 860.000 Ether, die hier in der Warteschleife drin sind. Das ist viel, viel weniger als angenommen. Die meisten Leute haben irgendwie mit 20 oder mehr Milliarden Dollar gerechnet, die hier aus dem Staking rausfließen werden und eben potenziell verkauft werden. Ich habe aber immer wieder auch gesagt, hey, dieses Shanghai-Update ist nicht bearish. Dieses Shanghai-Update ist eher bullish, weil die Leute dann viel mehr depositen werden. Und das ist ebenfalls auch der Fall. Wir sehen hier auch, dass auch deposited wurde. Wir sehen hier, seit dem Shanghai-Fog wurden zwar viele Ether abgezogen, Withdrawal hier 114.000, aber auch 40.000 Ether sind in Staking reingeflossen. Also, wir sehen auch einen Zufluss in das Staking rein. Warum? Weil jetzt jeder weiß, ich kann sofort auch wieder raus. Also, einfach mit der Warteschlange. Aber es gibt jetzt viel mehr Sicherheit. Und das ist auch der Grund, warum der Preis von Ether steigt. Weil einfach das Vertrauen, das Vertrauen in Ether, in das ganze Ethereum-Team, ist nun viel grösser geworden, weil jetzt das große Risiko weg ist. Vorher war das große Risiko, man weiß nicht, wann man aus dem Staking wieder rausgehen kann. Dieses Risiko ist jetzt eliminiert und jetzt ist das Vertrauen in Ethereum viel grösser und deswegen werden nun viel mehr Leute Ethereum Staking und deswegen steigt auch der Preis, weil nun jetzt viel mehr Leute Ethereum kaufen, weil sie dies möglich Staking wollen. Also, sehr, sehr positiv diese ganze Entwicklung. Allgemein kann man sagen, was die Ethereum-Programmierer, also die Core-Programmierer von Ethereum hier leisten, ist wirklich unglaublich. Man kann einfach nur gratulieren, dass das alles zeitgerecht geschafft wurde, dass das Shanghai-Update im Zeitplan umgesetzt wurde, dass es nicht verschoben wurde. Das hat viel Respekt verdient und das freut mich einfach extrem. Was die Ethereum-Core-Programmierer leisten, ist einfach unglaublich in meinen Augen. Ja, und ich meine, gute Programmierer sind auch definitiv notwendig. Wenn wir uns die Zukunft von Ethereum mal anschauen, dann braucht es definitiv noch einige gute Programmierer. Ich spreche hier auf diesem Post an von Vitalik Buterin. Er hat hier das Roadmap im November letzten Jahres gepostet auf Twitter. Und hier sehen wir die ganze Roadmap. Das ist der ganze Plan, wie sich Ethereum entwickeln soll über die nächsten Jahre. Ethereum entwickelt sich ja sehr stark. An Ethereum wird extrem stark gearbeitet. Es gibt immer wieder Updates. Und das ist so der Plan über die nächsten Jahre, welche Updates nach und nach implementiert werden sollen in das Ethereum-Ökosystem, kann man so sagen. Also das Ganze beginnt hier oben beim Merge. Der Merge war ja das letzte Jahr, im Herbst ungefähr. Und jetzt sind wir hier. Jetzt sind die Staking-Withdrawals ermöglicht worden. Ich zoome hier mal ein bisschen rein. Jetzt sind wir hier. Die Staking-Withdrawals war wirklich der erste Schritt nach dem Merge. Und das ist jetzt wirklich hier auch komplett. Und das ist auch sehr gut, dass das jetzt, wie gesagt, sehr schön geklappt hat. Und dann geht es hier weiter mit dem Surge, mit dem Scourge, mit dem Verge und dem Purge. Hat hier alles sehr lustige Namen. Also du siehst hier, es ist hier noch einiges in Planung. Das Nächste, was wirklich wichtig ist, siehst hier EIP 4844. Also der Surge beginnt hier mit diesem EIP 4844. Und dort geht es darum, dass vor allem die Layer 2 gefördert werden. Wir sehen hier Optimistic Roll-Ups und CK Roll-Ups, dass hier die Roll-Ups optimiert werden. Dass wir das Roll-Up Scaling weiter ausbauen. Das heisst, dass die Gebühren, die Gas-Fees von den Roll-Ups massiv gesenkt werden. Weil jetzt aktuell hast du auch bei Arbitrum oder bei Optimism, und das sind ja die Roll-Ups, Arbitrum und Optimism, hast du immer noch sehr hohe Gas-Fees. Also sehr hohe Gas-Fees. Du hast einfach so 2 bis 3 Dollar manchmal immer noch Gas-Fees. Und das Ziel ist, dass wir mit diesem EIP 4844, dass die Gas-Fees um den Faktor 10 ungefähr reduziert werden. Dass man hier anständige Gas-Fees hat auf den Layer 2. Natürlich auf dem Layer 1, Ethereum Hauptlayer, werden die Gas-Fees immer noch eine Weile hoch bleiben. Das ist auch wichtig so für die Profitabilität der Blockchain. Aber auf den Layer 2 ist es wichtig, dass dann die Gas-Fees sinken werden. Und dann kommen dann noch weitere Punkte. Ich muss hier ehrlich sagen, ich verstehe hier nicht alles. Und die meisten Leute, die meisten Leute da draußen verstehen hier nicht alles. Weil das sind wirklich nur Leute, die ganz, ganz tief drinstehen. Die Co-Programmierer, diese verstehen das alles, was damit gemeint ist. Aber da muss ich mich mal wirklich hinsetzen und das in Ruhe alles studieren. Wichtig für mich ist einfach, was als nächstes kommt. Und das ist das EIP 4844 eben, dass die Gas-Fees auf den Layer 2 massiv reduziert werden. Grundsätzlich geht es ja mit diesen Updates, möchte man einfach nur zwei Probleme lösen. Man möchte Ethereum so sicher wie möglich machen und so skalierbar wie möglich. Das ist das Hauptproblem. Das ist das Hauptproblem von einer Blockchain. Erstens, Sicherheit und Skalierbarkeit und eben Dezentralität. Das sind so die drei Hauptprobleme. Das berühmte Trilemma, das berühmte Blockchain-Trilemma. Und das möchte Ethereum eben so gut wie möglich lösen. Das möchten alle Blockchains lösen. Und genau das ist eigentlich das Ziel von all diesen Updates. Es geht eigentlich um nichts anderes. Und wie gesagt, jetzt sind wir mit dem Shanghai-Update, sind wir ein kleines Schritt näher an diesem perfekten Ethereum. Immer mehr kommen wir dem perfekten Ethereum nahe. Also wir sind hier auf dem Weg Schritt für Schritt. Und ich muss einfach sagen, ich bin mega positiv gestimmt, was Ethereum angeht. Ja, was den Preis angeht. Preisprognosen sind immer sehr schwierig, aber es sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Ich möchte hier jetzt keine Chart-Analyse machen. Aber ich meine, der Preis spricht eigentlich für sich. Wir sind hier sehr stark gestiegen. Natürlich, ob der Preis weiter steigt oder sinkt, hängt natürlich von ganz vielen Aspekten ab, wie sich auch die Wirtschaft allgemein entwickelt. Weil Krypto entwickelt sich immer noch sehr stark nahe am Aktienmarkt. Deswegen möchte ich hier jetzt keine Preisprognosen machen. Aber das ist auch nicht so wichtig für mich. Wichtig für mich ist, dass die grundlegende Entwicklung vorwärts geht. Und das ist definitiv der Fall. Die Entwicklung rund um Ethereum schreitet voran. Und dies in großen Schritten. Und das ist das Einzige, was für mich zählt. Langfristig, dass wir langfristig auf Ethereum aufbauen können. Dass wir langfristig Ethereum sicherer machen können und skalierbarer machen können. Das ist das Hauptziel. So, wenn du jetzt noch etwas erfahren möchtest über Chainlink. Ich habe hier ein Video gemacht über Chainlink. Kannst du dir gerne auch noch anschauen. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis bald. Ciao. Ciao.